Hallo Leute, ich wollte nur noch einen kleinen Info geben. Wir wollen morgen einen Livestream machen von 6 bis 8 Uhr, also von 18 Uhr bis 20 Uhr. Und zwar, wir wollen Livestream MindConnect Feed the Beast. Und es wäre nett, wenn wir ein paar Zuschauer finden, die das mal angucken würden. Weil wenn das gut ankommt, wollen wir jeden Freitag oder Samstag ein 2 Stunden Livestream machen. Jo, das war's dann mit der Ansage hier und tschüss.